Ja, das ist der jetzt hier, der muss jetzt warten und ärgert ihn. Lasst die Rathaussteile zu! Heute haben wir vor, hier die Rathausstraße für acht Minuten zu sperren, indem sich da die Gruppe, die hat seinerzeit auch so angefangen, sich hinlegt, als wenn sie schon gestorben sind. Und wir verteilen dazu Blumen als Frühlingsgruß, wo das ein bisschen erläutert ist. Lasst die Rathausstraße zu! Also wir sind ja die Aktionsgruppe Klima Flensburg. Wir haben das Ziel, darauf zu achten, dass Lensburg wirklich nicht nur das Vorhaben auf dem Papier CO2-Neutralität, sondern das auch umsetzt. Ein ausgebautes Radwegenetz, was das Zentrum mit allen Stadtteilen gut verbindet. Fahrradrouten, Velorouten, ausgebaute Routen. Gerade jetzt nimmt die Zahl zum Beispiel auch von E-Bikes unheimlich zu. Die Leute sind eigentlich bereit, das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das ist in Flensburg oft, in vielerlei Hinsicht, eine absolute Zumut. Wenn man mit dem Fahrrad den Nordrhein-Nahrung runterfährt, dann rumpelt das so dermaßen, als es sind nicht geeignete Wege. Es ist sehr, sehr gefährlich. Und da wünschen wir uns, dass wenn wir die Klimawende dem entgegenzuwirken, dass es attraktiver wird, das Auto stehen zu lassen, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, Fahrräder zu nutzen, Fußgarten zu nutzen. Bedenkt das Leben in den Städten, es könnte so viel besser sein, wenn alle Pläne sich nicht drehten. Nur um den EKW allein, dann ging's zu Fuß mit Bus und Rad durch unsere lebenswerte Stadt.